Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, dies ist Part 4 von Call of Duty 4. Ja, und wir starten direkt mal wieder in einem ganzen Gefecht hier. Fängt ja super an. Und, äh, warte, wir könnten nochmal Nachtsicht machen, oder? Oder ne, wir lassen das mal rüber. Hier runter? Okay. Ah, schmier schon, schmier schon, schmier schon, schmier nicht der, meine Freunde. Ah, doch, Nachtsicht. Okay. Ah, das ist alles gegen mich. Oh, das heißt, ich aber echt, ähm, schlecht gesehen. Ich schalte es mal wieder um. So sehe ich eigentlich besser. Und so seht ihr auch, glaube ich, besser als ich. Naja, als ich jetzt nicht, aber... Seht ihr bestimmt besser. Komm, ich gehe nochmal weiter. Ach, du wartest hier schon, okay. Wach. Ja, den anderen könnt ihr nicht umbringen, oder was? Okay, ja, bestimme. Ausgangsweide. Ja, ich hab den Würfen umgebracht. Oh, da sind auch noch welche. Nein, nee. Waren welche, oh, das war noch eine. So, Blankkanate. Und dann machen wir die... Können wir doch mal nachts sichern. So wie ihr das wollt. Da oben sind wir mal weg, ne? Ja, bringt ihr doch mal um. Was wird dir denn los? Wo ist denn noch einer? Ja, macht ihr überhaupt was noch? Oh, ach da. Entschuldigung. Machen wir ja alles drauf. Mach's doch schon. Wo soll man noch einer? Ähm, machen wir mal ne Drago noch mit? Oh, das ist auch noch einer. Machen wir mal die nachts sich weg. Der nullen wir auch mal mit. 3 von 30, das ist mir grad viel. Oh, das ist ja. Dann laufen wir mal wieder hier runter. Oh, hier geht's ja auch die richtige Party ab. Dann machen wir hier mal bisschen was. Dann mal längst das Gebäude rein. Gucken wir mal hier oben. Ja, da ist er jemand. Ach, du meine Güte. Da oben sind auch noch einige. Oh. Können wir die mal alle runter? Ach, du meine Güte. Wie viel sind... Oh, schnell weg damit. Ich bin auf dem Dach. Was war das? Javelin? Hm. Ja, dann gib mir auch bitte mal die Deckung hier. Ach, du meine Güte. Nicht gut. Man. Ach, hier runter. Entschuldigung. So, und jetzt? Ach, da ist ein Panzer. Ja, ich schlaufe ja schon. Hier hoch, oder was? Ach, nee. Da, wo ich vorhin bin. Gut, gut, gut. So, wo war noch ein Panzer? Da. Ja, dann gib mir auch bitte Deckung. Hier sind voll viele Gegner. Boom. Hier nur noch einer. Okay. Den Panzer nur. Da. Da ist kein Platz. So, jetzt hast du noch Platz. Das war's mit eurem Panzer. Mit euch auch. Ich denke, ich lasse es einfach so gehen. Nicht mit mir. Wollen wir nicht gemeint. Ey, Jungs. Wo seid ihr? Lasst mich nicht allein. Ach, da. Ja, was denn jetzt? Keine Gegner hier. Da ist ja ziemlich viel Action und alles Granatenwerter hier. Oh, ist auch ein Panzer. Ist das unser? Unser, glaub ich. Oh, ich hätte die Drago noch verhalten sollen. Oh, shit. Hier sind ja noch einige. Oh, das war krass. Oh, das war krass. Negativ, Bravo 6. Südlich von ihrer Position befindet sich eine feindliche Test Peru. Bevor sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubs rausschicken. Oh, und wo kommt denn die Granate hin? Ach, du meine Güte. Lass doch mal die Granatenwerfer hier weg. Freunde. Nein, die RPG wollte ich nicht. Ey, wo? Oh, Freunde. Nicht mit mir. Ich gehe. Bist du blind? Beinahe jetzt schon zweimal gestorben oder dreimal sogar. Wassermelonen. Ja, geh bitte vor, blockier nicht hier den Weg. Oh, Kumpel. Oh, ich kann nicht mehr zünden, ich kann nicht mehr was geachtet. So, nachgeladen. Ich stürme mir das blöde Auto. Ey, lass die Vanaten werfen bitte hier weg. Frist meine Granaten. So, nochmal kurz nachbauen. Auch wenn es ein bisschen zu viel ist. Ich bin dabei ja einige Gegner. Ey, weg damit, jung. Nächstes Mal komme ich auch mit dem Granatenwerfer. Oh, da sind noch einige. Ja, ich will es aber sehen. Warm. Schöne Explosion. Gehen wir die da kaputt? Ne. Was soll ich machen? Wo soll ich denn? Achso. Ah. Wo wir sterben. Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von Nord-Ostern rein. Von Leuchtzeichen. Ah. Was ist das? Wo können wir? Hier oben können wir umbreiten. Ah, das war's mit euch. Unsere Helis habt ihr keine Chance. Was? Du wirst noch? Ich will lange. Dann kommt, da war noch einer. Hey, Jungs. So schlecht wie dann war. Muss ich mir dann noch alles machen? Gut. Ich muss mich zwar ein bisschen nachhelfen, aber... Oh, ne, falsche Richtung. Na ja, unsere Helis haben wir das meiste gemacht. Sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over. Seht ja mal gut aus hier. Noch zum Panzer. Jetzt? Ich bin aber beim Panzer. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Eine schöne Zeichnung. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Uah. Schauen wir uns das Ganze auch noch mal an. Wie auch sonst immer. Und bevor die irgendwas sagen können, sag ich dann noch mal... Oh, doch nicht. So, ich sag da mal... Bis zum nächsten Mal. Das war's jetzt mit dem Video. Und ja, wir sehen uns dann bei Part 5. Ciao, ciao. 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 Ciao.